Hi Wir kennen uns noch nicht, ha? Ich bin... Ich bin Solid Snake So, ohne Spaß Nach der letzten Aktion bin ich jetzt ein bisschen demotiviert, muss ich zugeben Oh, na okay Ich hätte vielleicht ausweichen müssen Nein, nein, ist schon gut Sneak! Boss, stopp den Hylantropus! Destroich das Ding! Ich rallefe Dämon-Dogs und zurückbekommen Spätestens fliehen Hoffen wir das geht diesmal ein bisschen schneller Von dannen Ah, fuck! Ah, fuck! Oh, fuck! Oh ne, bitte nicht wieder mit dem Brutzeln Oho 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 Shit, jetzt seh ich nichts mehr. So, war auch Raketenverfolgung. So. Da haben wir es endlich erwischt. Oh, oh, ich soll vielleicht mich umdrehen. Oh, ich soll vielleicht aufhören gegen den Stein zu fahren. Ja, ich wolle noch, ich wolle noch. Ach komm. What? Ich dachte, das würde nichts ziehen. Ich dachte, das würde nicht funktionieren, der Trick. Oh, okay, jetzt begin der Trick. Oh, okay, jetzt begin der Trick. Okay. Nochmal ballern. Einfach auf den dunklen Schatten, im roten. Nein. Nein. Piu. Hui. Hallo. Oh. Äh. So. Jetzt kann ich auch ballern. Jetzt kommt wieder der komische Dingens, die Trennwand. So, treffe ich ihn. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das ein Treffer war. Es klang nach nein. Nein. Okay, gleich brauchen wir wieder Munition. Boah shit. Okay. Der Angriff kam jetzt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Immerhin die Hälfte. Immerhin die Hälfte haben wir dem abgenommen schon mal. Oh. Jetzt müssen wir nachdenken. Okay. Moment. Alle klar, alle klar. Okay, so kann man die Rakete ehrlich gesagt ganz gut ausweichen. Indem er einfach seitwärts rennt. Das muss ich mir merken. So. Mach bitte auf hier. Dankeschön. Dankeschön. Moise. Oh, da ist es wieder hinter mir. Äh. Oder? So. Munition wäre da. So. Bitte. lass mich leben. Das ist ja auch eigentlich einfach versucht mich zu zerquetschen. Ich meine, das ist ein riesen Kampfroboter und ich bin nur ein kleiner Mensch. Anstatt mich irgendwie, ja, keine Ahnung, zu zerstampfen oder sowas hat er nur so ein komisches Verlammenschwert, womit er mich versucht zu killen. Und die langsamsten Raketen der Welt. Okay, jetzt könnte der Dreher sich wieder auf den Helikopter. Jetzt kann ich ruhig auf den Ballern. Hä? Wo ist er jetzt gelandet? Okay, ja. Das ist wieder die Laser-Time angesagt. Ja, ich warte bis der geschossen hat. So, der trifft mich hier nicht. Treffe ich den? Äh. Ich schieße zumindest in die Richtung, ne? So, hallo. Wieder da mein Freund. Also es geht besser als man meinen sollte. Natürlich. Man muss halt eben, tatsächlich braucht man keinen Panzer oder sowas für diesen riesen Roboter, sondern es reicht auch, wenn man immer seinen Angriffen ausweicht. Auch wenn das manchmal relativ schwer ist. Ja, nicht von den Raketen getroffen werden, die er abwirft, hin und wieder mal. Dann mit dem Raketenwerfer draufhalten. Und wenn man keinen Raketenwerfer hat. Okay, jetzt kommt der schwierige Part mit den Raketen ausweichen. Ah, 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 ah. Okay. Mal klar. So. Shit. Ah, Mann. Das ist jetzt blöd gewesen. Ja, da konnte ich, ich war jetzt in einer sehr, sehr blöden Situation. oder Position. Da konnte er jetzt nichts machen. Vielleicht hätte ich da auch mit drauf stehen bleiben sollen. Okay. Shit. Ich dachte, ich hätte da dann vorbeilaufen können. Ich war doch weit genug weg. Boss. Was ist passiert? Boss! Was ist passiert? Aber muss dazu sagen, beim zweiten Versuch bin ich nach grad mal 10 Minuten so weit gekommen, wie ich grad bei 25 Minuten war. Und der schüttelt, der wackelt zu sehr beim Schießen. Äh. Ich muss jetzt, glaube ich, wieder wegrennen. Okay, wieder der Kack. So. Na egal, komm. Das Ding ist mir lieber erstmal. Ich mein, damit dauert es länger, aber ich hab ein gewisses Gefühl der Sicherheit. Und das Ding ist so, man kann das so scheiße lenken, weil da die Kamera so kacke ist. Ah. Egal, komm. So. Moment. Ah. Das Ding ist so. Das Ding ist so. Okay. Ich wollte sagen, der ist schwieriger zu treffen. Alter, wieder bildvoll weiß wird, ey. Der von die epileptischen Anfälle kriege ich hier. Okay. So. Ah, wir machen dem grad gut Damage. Okay. Jetzt muss er, äh, dieses komische Ding jetzt abwerfen. Oh. Oh. Erstmal kommen die Raketen. Äh. Äh. Bisschen auf Distanz halten. Und jetzt in Ruhe bollern. Nice going. Okay. Spätestens jetzt muss ich leider aussteigen. Oh, ho, ho, ho. Mein Freund. Ne, ne, ne. Oh, hallo. Mensch. Ah. Jetzt muss ich wieder ausweichen. So. Aufgesessen. Boah. Ich hab ein bisschen Angst in. 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 Äh. Die Bewegung von dem zu schießen, also während er sich bewegt, weil. Da hab ich Angst, dass ich nicht treffe. Und hier ist ja jede Püle mehr oder weniger wichtig. Aber das müssen wir ja warten. So. Und dessen schießen wir den mal ab. Weil mittlerweile hab ich ein bisschen äh, Angst vor dem verloren. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Weil ich find jetzt gerade geht der. Wenn man einmal weiß, was ist der für komische, ähm, nach welchen Schemas der kämpft, wie die Reihenfolge seiner Angriffe ist, dann ist es eigentlich relativ akzeptabel. Oh, 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 oh. Jetzt lag ich natürlich in dem Moment, als er seine komischen Sperre ausgeschossen hat. Na gut. Und, ah, guck mal, das waren jetzt 5 Minuten und er hat schon die Hälfte Leben verloren. Ich würde mal sagen, eine Steigung ist erkennbar. So, zwei Tanks kaputt gemacht, direkt in einem Angriff. Oh, jetzt ballert der wieder. Oh, 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 ich sehe nichts. So, macht der Hubschrauber jetzt eigentlich mal was, weil ich, ich habe das Gefühl, der ballert nie. Das ist mein Fabianité, ich will das, der ballert. Oh, oh. Oh. Eben, ich bin schnell eingestiegen. Oh. 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 Beide kaputt gemacht. So, äh, wegfahren wieder. Muss auch immer extra die Kamera wechseln, weil nur in dieser Kameransicht kann man halbwegs was sehen. So, äh, er hat wieder seinen Staub gemacht, ist alles klar. Okay, der scheißt schon wieder. Okay, Hund. Eigentlich ist der Hund in dieser Mission voll unwitz, ey. Okay, what the fuck. Wo? Ah, da. Aua, nichts kaputt treten. Oh, ju. Lol. Der hat sich halt gekickt. Oh, ich hasse es, wenn er so nahe kommt, ey. Oh, ich muss mich ganz kurz ausruhen und hinstellen. Dann regeneriere ich schneller. Oh. Komm mir gerade rechts. Oh, ich wusste nicht, dass ich mich das da noch treffen kann. Snake, talk to me. Snake! Weil da war ich gerade sehr, sehr angeschlagen und musste mich verstecken. Okay, komm. Wandeln wir direkt wieder mit der, mit der Waffe. Oder? Nein, doch. Destroi das Ding. Oh. 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 Oh, scheiße. Okay, ne, ich darf nicht alle Kugeln verschwenden In die Karre einsteigen So, weiter wegfahren Oh, von hier aus sehe ich den natürlich jetzt wieder nicht Ah, erwischt Ah, das flackert voll, wenn er ballert In dieser Kameransicht Aber für epische Anfälle hoffte ich nicht Weiter vorn Nicht verzauen Ah, fuck Ich muss den richtigen Punkt finden, um den abzuballern Okay, da kann ich jetzt nichts machen Oh, ich hätte vielleicht doch was machen können So, mal sehen, kann ich den ausweichen, indem ich einfach wegrenne Okay, ich kann vor den Dingern wegrennen, weil ich tatsächlich schneller bin als das Zeug Gut zu wissen Leider ein wenig zu spät So, okay So, wir brauchen doch nur noch den letzten Tank Können wir das nicht mal hinkriegen Ey Da ist es kaputt So, Moment, ist es wieder das hier? Oh, ne Okay Aussteigen direkt So So So, rieben Raketen Wer verkugeln Kann man mal geben, ne Oh, ne Oh, ne Oh, scheiße Wie komme ich hier hoch? Wo bin ich hier, Alter Überhaupt Hä Ich bin nicht da, wo ich sein möchte So Halte ich Ah, okay Ich war ein bisschen Okay Ich weiß, wo ich war Ich kann es jetzt schnell erklären Schlehr Oh Oh Hier finden gerade Die deutsche Sprache ein paar neue Begriffe Ey Oder eine neue Form So, kann jetzt wieder der Helikopter kommen bitte Ich höre den schon Da ist er Wollen wir ein bisschen mitbattern Ich höre den schon Ich höre den schon Was ist passiert? Hörst du Moment Ich weiß, was jetzt kommt Jetzt kommt er mit seinen Raketen an Dass ich dann wieder zerballern kann Oh 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 Woah Wir müssen rauskommen! Du kannst es tun, Boss. Oh, nein, da renne ich nicht rein. Ich kann da jetzt schlecht ausweichen. Okay. Oh, shit. Interessant. Ich wusste echt nicht, dass ich vor den Dingern wegrennen kann. Zick, zack, rennen. Okay, alle klar, alle cool. So. Ich hoffe mal, ich bin nicht so weit vom Ende entfernt von diesem Kampf. Oh, hallo. Renne doch nicht, mein Kind. Boah, der war knapp. Ich hasse es, wenn er mit den Raketen kommt. Okay, erwischt. Ah, shit. Oh, nein. Oh, nein. Oh, okay. Oh, cool. Boah, hat ein Lotter eine Stille freigelassen. Dankeschön. Ach, das ist doch echt nicht euer Ernst. Da. Oh, oh, oh. Oh. Da war die letzte wieder, oder? Okay. Aber mit dem Geschütz, der trifft er mich immer. Aber das Geschütz macht er eben so gut wie keinen Schaden, also. Also es ist auch okay. 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 Ich werde wegrennen. Boah, da bin ich aber ganz, äh, komisch ausgewichen. Aber es ist gut, dass ich ausgewichen bin. Ey, nein. Okay, immerhin. Okay, ich kann jetzt leider an irgendwo ausweichen. Ja, und das komische Ding ist leider hinten abgeworfen worden. Da muss ich echt durch seine Laufbahn laufen. Ich kann, boah, Entschuldigung, auf, äh, Dingen sind. Ganz ehrlich, ich, äh, gönne mir doch mal einen Schluck. Ich hoffe, das ist mir gewilligt. Pfiuh. Ich denke mal, wir haben noch ein paar Sekündchen Zeit. Weil ich, äh, ist immer noch in diesem komischen Laser-Modus. Moment, ich guck mal kurz. Ah, so. Und er weiß auch nicht, wo ich bin. Das ist ziemlich gut. So, jetzt schießt er noch ein, zwei Mal. Denke ich. Was soll das denn werden? Aber da hinten bin ich nicht. Da kann ich dir sorgen. Oh, er hört auf. Okay, was kommt jetzt? Ich hoffe mal Raketen, weil jetzt kann ich den aus... Jo, okay, guck mal. Boah. Spaß, ich wäre fast daneben gegangen, weil ein davon ist neben mir eigentlich... Oh, okay. Da kommt mal einer an. Ich frage mich, warum das mich jetzt nicht instant getötet hat. Weil manchmal tötest du jetzt instant und manchmal ist es irgendwie so... Ja, kannst einmal drin reinrennen und dann überlebst du trotzdem. Oh. Okay, ich denke mir, es sind ja die Raketenwaffe. Weil jetzt keine Chance auf dem zu ballern in der Zeit. Aber jetzt kommt wieder sein... Oh. Oh, shit. Roter Bildschirm. Immer noch rot, immer noch rot. Okay, leichte farbliche Verbesserung anerkannt. Das ist manchmal schwer zu erkennen, wo der auftaucht, ey. Aber ich könnte manchmal so ein bisschen wammeln, ey. Dass ich den nicht sehe. Was war das denn jetzt? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Ey, was soll das denn? Alter. Mann, was soll das denn? Jetzt springt er auf mich drauf. Okay, einscheinlich noch.